Musik Ich bin Susanne Mielke und komme aus Berlin. Ich arbeite im Kindergarten Ackerwinde als Erzieherin. Unser Haus, in dem wir unser Kindergarten haben, wurde aufgekauft. Und wir haben innerhalb kurzer Zeit eine Räumungsklage bekommen. Das betrifft viele kleine Kindergärten, die von der Verdrängung sozusagen bedroht sind und keinen geschützten Raum haben. Und daher Erzieher ihren Job verlieren und Kinder ihre Kindergartenplätze. Ich merke, dass wir viel mehr Kindergärtenplätze brauchen, da die Anmeldelisten ja doch eine eigene Sprache sprechen und wir sie nicht bedienen können. Und es uns sehr leid tut, so viele Absagen immer machen zu müssen und die Not der Eltern halt auch zu spüren. Ich wünsche mir eine größere Unterstützung von der Stadt Berlin, um unsere Tätigkeiten halt verrichten zu können. Vertraue und Junge Vertraue und Junge Vertraue und Junge